Ist die private Krankenversicherung für Selbstständige schon bald Geschichte? Das erfährst du jetzt. Es zieht sich ein tiefer Graben durch die deutsche Parteienlandschaft, so kurz vor der Bundestagswahl. Die einen wollen die private Krankenversicherung beibehalten, die anderen wollen sie abschaffen zugunsten einer Bürgerversicherung. Das würde bedeuten, dass alle in die gesetzliche Krankenversicherung müssen. Wer jetzt genau was will, das erzählt Andreas Lutz vom VGSD. Die CDU möchte an der privaten Krankenversicherung festhalten und möglichst wenig ändern. Das Einzige, wenn es zu extremen Beitragserhöhungen kommt, das hatten wir jetzt in der Vergangenheit ein paar Mal, dann will sie das verhindern. Die FDP hat eine deutlich größere Reform geplant. Dadurch würde dann ein Wechsel in eine andere private Krankenversicherung möglich. Der wäre dann auch nicht so teuer wie jetzt. Das würde den Wettbewerb im PKV-Markt erhöhen. Und man könnte dann auch, so der Plan der FDP, in die gesetzliche wechseln. Und die gesetzliche müsste einen auch jenseits der momentan bestehenden Altersgrenze von 55 Jahren wieder aufnehmen. Generell soll jeder zum Basistarif Mitglied werden können in der PKV. Also da gibt es dann quasi einen Anspruch darauf. Soweit die Position der FDP. SPD, Linke und Grüne wollen eine Bürgerversicherung einführen. Eine Bürgerversicherung, das bedeutet letztlich, dass alle in die gesetzliche Versicherung müssten. Und die privaten Krankenversicherungen wären damit ein Auslaufmodell, könnten dann vielleicht private Krankenzusatzversicherungen anbieten oder sich in eine gesetzliche Versicherung umwandeln. Ja, was ist die Position des VGSD? Viele unserer Mitglieder sind privat versichert, viele sind damit auch zufrieden. Wir haben aber auch Mitglieder, die gerne in die gesetzliche Versicherung zurückgehen würden. Wichtig ist, dass das Problem steigender Beiträge in der privaten Krankenversicherung zeitnah gelöst wird. Dass man also jetzt nicht auf den St. Nimmerleinstag wartet, bis dann mal eine Bürgerversicherung eingeführt wird. Oder jetzt versucht, die private Versicherung immer schlechter zu machen, damit sie quasi sturmreif wird für die Bürgerversicherung. Also wir brauchen eine Lösung, die einfach jetzt funktioniert. Wenn ihr noch mehr spannende Videos rund ums Business von uns sehen wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos unseren YouTube-Kanal.